Tag Leute, hier ist SpookyVF mit dem ultimativen Überlebenskampf in Players Unknown Battlegrounds. Heute die erste Folge nachträglich kommentiert, denn ich habe das Ganze ein bisschen getestet und denke, die Folge kann man zeigen. Ich will euch so ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel verschaffen, zeigen, worum es geht. Ja, wie man es spielt, so ein bisschen. Ich habe da noch ein Stürmer gemacht, ihr habt gesehen, da habe ich noch ein bisschen rum experimentiert. Noch nicht alles so richtig rausgefunden, jetzt habe ich ein bisschen länger gespielt. Hier im Solo, nächstes Mal gibt es auch ein Dual, denke ich. Und hier kann man mit der V noch ein bisschen gucken, also um was geht es im Spiel? Wir sitzen jetzt im Flugzeug, ihr seht diese ganze Insel, wir dürfen uns einen Ausstiegspunkt quasi auswählen. Also wir müssen uns ein bisschen orientieren an der Fluglinie des Flugzeugs. Und im Endeffekt hier im Solo-Mode kann nur einer überleben von den 96, die dabei sind. Normalerweise sind es 100, wenn die Lobby voll ist. Und ja, wir haben nichts. Wir müssen jetzt irgendwo landen und Häuser looten. Es ist nicht wie bei ARK, Survival of the Fittest, wo man hier craften kann und machen kann. Man muss den Looten quasi finden und auch die Aufsätze für Waffen und sonst was. Und ansonsten muss man sich eben so verhalten, dass man überlebt. Und ja, also dazu gibt es noch zu sagen, es wird irgendwo ein bisschen random so eine Wall sich bilden. Also ein Kreis, der sich immer enger zuzieht und dann auch die Überlebenden ins Finale treibt. Und da wird man auch kontinuierlich mit Energie, da kriegt man kontinuierlich Energie abgezogen, wenn man außerhalb dieses Kreises ist. Anfangs ist das noch nicht so schlimm, also da kriegt man noch nicht so viel Energie abgezogen. Später wird es dann mehr. Bis zum fast instant tot kann man schon fast sagen, wenn man am Schluss das nicht hinkriegt. Wenn man am Schluss außerhalb vom Ring ist, dann ist man echt fast tot direkt. So, ich bin jetzt oben auf der Lagerhalle gelandet. Unten haben wir auch schon einen gesehen. Ich dachte, man könnte hier durchspringen, aber das ist wohl Glas und das ist nicht gut. Also müssen wir hier weg. Der wird jetzt irgendwo nämlich unten eine Waffe aufgammeln und dann haben wir ein Problem, weil wir nämlich keine haben. Und das ist auch so grundlegend ein großes Problem in diesem Spiel, die Anfangsphase. Anfangsblut, wenn du den nicht hast und es ist direkt jemand da und hat den Vorteil gegenüber dir, dann haben wir ihn schon gesehen. Er hat schon eine Waffe in der Hand. Weg hier. Müssen wir jetzt hoffen, dass er uns nicht mitkriegt oder jagt. Als sonst bei eben Kanonenfutter. Und das ist auch irgendwie, was das Spiel so ausmacht. Und es ist nicht nur hier, es ist irgendwie auch gegen Ende nachher. Egal, was du machst in dem Game, es hat einen riesen Nervenkitzel. So, hier haben wir einen Rucksack gefunden. Einen Rucksack bedeutet, dass wir mehr Items tragen können. Da gibt es verschiedene Stufen. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Stufe 3 können wir dann richtig viele Items tragen. Mehr braucht man dann eigentlich auch nicht als diese. Ja, es wird wohl ein paar Folgen dazu geben. Denke ich mal. Dann macht das Spiel nämlich eigentlich richtig viel Spaß. Und es ist sehr spannend. Und ja, vielleicht habt ihr das ja auch schon gesehen oder kennt euch aus. Vielleicht zockt das ja auch selbst. Dann könnt ihr ja auch mal gerne eure Meinung dazu schreiben. Und wenn nicht, könnt ihr auch natürlich gerne eure Meinung, was ihr davon hält, wenn ihr das so sieht, welchen Eindruck es auf euch macht. So, ihr seht, wir gehen auch geduckt. Denn da machen wir weniger Lärm. Ansonsten hört man die Schritte über die halben App drüber, wenn man hier so rumbrettert. Aber auch geduckt kann man die Schritte hören. Und wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen, ein bisschen lähmen. Man ist ein bisschen vorsichtiger. Weil man eben, ja, vor allem gerade, wenn man keine Waffe hat, ne, dann will man nicht unbedingt jemandem begegnen. Das ist immer so das Schlimmste am Anfang bei mir. Wenn ich keine Waffe finde, dann kriege ich immer die Krise. Da müssen wir eben einfach ein bisschen aushalten. So, jetzt gucken wir hier den Kreis, den weißen Kreis. Da sind wir drinnen in der Zone momentan noch. Die wird auch, da seht ihr das, rechts über der Map. Da steht ein Timer. Und ab dann beginnt sie sich das erste Mal enger zu ziehen, nach den 3 Minuten 30. Die Abstände werden auch immer geringer, an denen dann die Wall anfängt zu wandern. So, jetzt haben wir wenigstens mal eine Pistole. Herrlich. Eine Rauchgranate. 9mm Pistole. Man muss auch auf die Muni achten. Es gibt nämlich auch 0,45er Pistolen. Und so, man muss halt eben wirklich gucken, dass man auch die richtige Muni für die Waffe findet. Polizeiweste, Stufe 2, das ist schön. Ja. Da kriegen wir nämlich dann schon mal ein bisschen weniger. Da sind wir brustmäßig besser geschützt. Gibt auch noch Helme. Auch alles in Stufe 1, Stufe 2 und 3. Oh, da hatte ich irgendwas gehört. Und dann wird man hier direkt, ist man direkt angespannt in dem Game, ne? Könnt ihr es selber mal lauschen. Ich weiß nicht, ob man jetzt im Video so die Effekte so wahrnimmt und so. Muss ich gucken, dass ich das auch eingestellt kriege, die Settings richtig habe. Ich hoffe es ja. Und dann würde ich mal kurz ruhig sein. Und dann... So. Ihr habt jetzt auch ein paar Schüsse in Entfernung gehört. Wenn die näher sind, dann hört es sich noch krasser an. Und das ist eigentlich so... Ja, das Spielprinzip. Man muss eben wandern, aber mit Bedacht. Man kann sich jetzt nicht ewig in diesem Häuschen hier vercampen oder so, weil der Kreis sich ja zuzieht. Und es ist besser immer ein bisschen früher, also meiner Erfahrung nach, es ist besser immer ein bisschen früher in den Zonen zu sein, als man jetzt muss. Weil erstmal musste man fast schon direkt wieder weiterlaufen gegen Ende. Und zweitens läuft man auf den Gegner rein, die sich dann schon dort positioniert haben. Also wenn man jetzt wirklich sich bewegen muss, weil der Kreis sich zuzieht. Deswegen lieber vorher ein bisschen voranschleichen. Ja, hier haben wir auch so und immer ein bisschen Deckung laufen. Also nie so offen über dem Feld, weil es gibt ja auch Scharfschützengewehre und so. Und man ist dann eben auch ein leichtes Ziel, weil alles, was sich bewegt, das sieht man auch. Man kann hier auch beim Laufen, mit Alt kann man sich umgucken und trotzdem vorwärts weiterlaufen und so. Das ist eben eben auch alles so. Das gehört alles so dazu, die Umgebung im Auge zu behalten. Er kann über Leben und Tod entscheiden eben. Weil wer ihn zuerst sieht, hat eigentlich in der Regel ja auch immer einen Vorteil, wie in jedem Multiplayer-Game. Heißt zwar nicht immer, dass man dann den trotzdem kriegt. Da kommt es natürlich auch ein bisschen aufs Aiming an und die Waffen, die man hat. Wenn ich den jetzt zuerst sehe mit einer Pistole und der ist aber 160 Meter weg, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich gegen ihn gewinnen kann, wenn der jetzt, was weiß ich, eine Ska oder eine M16 hat. Bei einer M16 vielleicht schon. M16 finde ich bis jetzt nicht so prickelnd. Die Waffe, mit der komme ich nicht so klar. So, hier haben wir eine Splittergranate. Noch mal ein bisschen Zeug gemacht. Also, klares Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, bestmöglich zu gewinnen. Dazu ins Finale zu kommen. Und deswegen muss man auch looten. Ich war hier anfangs noch vorsichtiger. Das waren noch meine ersten Runden, das hier. Also ein Game aus den ersten Runden. Das würde ich euch aber gerne zeigen, weil es schon viele spezielle Sachen beinhaltet. Im Laufe der Runde passiert so einiges. Was ich euch eben, wo man die Spielmechanik auch ganz gut anerkennen kann. Und was es für Möglichkeiten gibt. Also die Folge war wirklich ein bisschen, ja, hat ein bisschen was beinhaltet. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, holst du die. So, eine Panne. Panne ist eigentlich ganz cool. Wusste ich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wenn die auf dem Rücken ist und man läuft und man kriegt einen Rücken geschossen, kann man Glück haben und die treffen die Panne. Und dann kriegt man es nicht. So, das hier ist eine geile Waffe. Die UMP, also UMP war ja schon ein MW-2er, die Lieblingswaffe der Menschheit. Und hier auch in diesem Spiel ist es richtig gut. Man kann, was ich hier noch nicht gewusst habe zu diesem Zeitpunkt, oder ich habe es gewusst, dass man den Feuermodus umstellen konnte, aber ich wusste nicht wo. Siehst du, jetzt haben wir hier schon Aufsätze dafür. Können die UMP mit Aufsätzen versehen. Und fehlt uns eigentlich nur noch ein Visier. Und da kann man jetzt einen Zweifach-Scope, Vierfach-, Achtfach-Scope oder, was hatten wir, Holographisches hatten wir jetzt. So, und durch die Magazinerweiterung können wir mal wieder 10 Schuss mehr tragen. Oh, jetzt haben wir ja schon mal erstes Mal gutes Modier gehabt. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass man den Einzelschuss umstellen kann, den Autoschuss. Also ich wusste es schon, aber ich wusste nicht mehr, auf welche Taste ich mir das gelegt hatte. Ich habe mir nämlich die Tastaturbelegung komplett umgelegt, dass es so ähnlich ist wie bei ARK Survival Luftgefittest. Denn, ja, mit F einsammeln und so, das möchte ich alles nicht. Ich habe mit E einsammeln wie bei ARK SOTF, weil sonst komme ich nachher komplett durcheinander. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, jetzt am Anfang ist es echt noch ein bisschen träge und vorsichtig, aber wie gesagt, ich war da auch nervös und angespannt. Vor allem die Anspannung in diesem Spiel, die ist so krass, weil überall könnte einer sein, es sind immer noch 55 Leute unterwegs. Normal zu diesem Zeitpunkt sind es oft schon noch mehr, kann aber auch weniger sein. Denn es kommt halt immer darauf an, wo die meisten abspringen. Wenn die alle gar schon in dem Ballungsgebiet abspringen, dann töten sie sich eben auch recht schnell. So, und ihr seht, die Wand wandert mittlerweile. Das sieht er jetzt an diesem Balken, der läuft. Der ist jetzt halber und dann kommt er fast bis zur Grenze. Und wenn er an die Grenze angekommen ist, dann kriegen wir angezeigt, wie sehr sich der Kreis nochmal einengen wird. Und da hören wir ein Auto. Das ist natürlich Vorsicht. Und wenn so ein Flugzeug kommt, die machen Abwürfe, dann muss man auch aufpassen, man hört man nämlich nicht so viel. Motorrad. Könnte das sein. Oder ein Bari. Okay, wir haben ihn gesehen, aber der scheint weiterzufahren. Ja, da hinten fährt er. Wunderbar. Hm, an der Straße langzufahren, finde ich immer keine so gute Idee. So, und jetzt habt ihr gesehen, wir sind in der Zone noch. Und die blaue Wand erreicht fast die Zone. Und wenn sie, wie gesagt, wenn sie dann jetzt erreicht hat, dann kriegen wir angezeigt, wo wir als nächstes hin müssen oder wie weit wir nochmal laufen müssen. Aber da wir schon in der Zone drin sind, das ist schon mal gut, dann wissen wir schon mal, dass wir im richtigen Bereich sind. Und so, jetzt haben wir auch noch einen Helm gefunden. Wunderbar. Jetzt sind wir eigentlich schon zum Ersten gut ausgerüstet, fehlen uns nur noch eine ordentliche Zweitwaffe. Also wir haben Pistol und UNP, aber man kann zwei Primärwaffen tragen und eben die Pistole. Und das Ziel ist es natürlich jetzt noch am besten irgendein Sturmgewehr oder ein Gewehr auf Distanz oder eine Pumpgun. Für den Häuserkampf haben wir aber hier nicht vor. Ich bin da anfangs lieber ein bisschen draußen geblieben, fühlt mich da sicherer, bin nicht so eingehängt, sitzen nicht in der Falle, obwohl es eigentlich alles in der Falle ist. Hier versuche ich so ein bisschen zu gucken, wo in etwa der Mittelpunkt sein könnte, weil ich nicht wusste, dass sich das Ding, das verschiebt sich auch zum Teil ein bisschen wahllos. Also es geht nicht einfach so in die Mitte rein, sondern es geht dann auch manchmal in dem Kreis nach links oben oder so, aber immer in dem Kreis, in dem wir sind, das ist schon mal gut, aber man kann eben nicht abschätzen jetzt so direkt, wo das Finale ist. Also ich kenne mal noch keine Möglichkeit, das abzuschätzen. Vielleicht kann man das irgendworan erkennen oder wissen, wenn man mehr Erfahrung hat. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Zufall, eben damit man es nicht brechen kann und sich die ganze Zeit in einem Haus verbarrikatieren kann und sagen, oh ja, hier ist das Finale, hier kann ich mich schon niederlassen. So, jetzt haben wir 3 Minuten 20 Zeit für in den nächsten Kartenbereich und ihr seht, jetzt hat er sich zugezogen und wir müssen noch ein Stückchen laufen. Aber dazu haben wir jetzt 3 Minuten 20 Zeit und dann fängt der blaue Kreis erst an zu laufen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir eben dort sind, damit wir eben nicht schon unnötigerweise von der, außerhalb der Wand Lebensenergie abgezogen bekommen. Oh, da haben wir noch so ein kleines Hüttchen, das ist auch ganz cool. Noch mal eine Pistole, okay, haben wir ja. Irgendwas wir drin haben, fingerlose Handschuhe, wunderbar. Kommt, ziehen wir an. Ich glaube, das ist nur optisch, bringt glaube ich gar nichts. Ist aber nicht schlimm. Das wir haben, das haben wir. So, dann laufen wir mal weiter Richtung Zielpunkt und ihr seht da oben auf der Kompass, man kann sich jederzeit wieder neue Markierungen setzen und dann da oben einfach strikt in diese Richtung laufen, was natürlich sehr gut ist. Weil man dann immer so ein bisschen über sich bald, wo man hin möchte. Es gibt auch rote Zonen, die werden dann bombardiert. Das kommt auch immer wieder vor im Spiel. Und beim Laufen kann man auch die Waffen wegstecken. Das habe ich hier auch noch nicht so genutzt. Dann läuft man ein wenig schneller. So, jetzt sehen wir, jetzt nähern wir uns der Grenze. Und da sind wir eben auch ein bisschen vorsichtiger, weil es gibt nämlich Leute, die auch an der Grenze andere Leute abfangen. Und da müssen wir nämlich aufpassen, wollen ja nicht direkt dort in der vermeintlich sicheren Zone direkt über den Haufen geballert werden. Das wäre natürlich nicht so gut. So, über die Hälfte sind schon tot. Das ist natürlich nice. Aber es zieht sich natürlich jetzt immer enger zusammen und die Leute werden immer mehr ja, eingeengt. Oh. Motorgeräusche. Und jetzt, seht ihr, jetzt kommt hier genau eine Bombenzone, wo ich da rüber laufen wollte. Dieser rohle Bereich ist unten auf der Minimap aufgetaucht. Der wird gleich bombardiert. Und dann ist es nicht unbedingt so gesund, dort aufzuhalten. Ich bin zwar schon ein paar Mal durchgetappt, während Bomben gefallen sind und mir ist glücklicherweise noch nichts passiert, aber ich habe auch unten schon gelesen, wurde durch den roten Bereich getötet. Punkt, Punkt, Punkt und so, ne. Irgendwelche anderen Spieler. Versuchen wir jetzt einfach ein bisschen zu umgehen und trotzdem in den Self-Zone zu kommen, weil wir haben nur noch ein paar 40 Sekunden Zeit, bis der Kreis wieder anfängt zu wendern. Und deswegen müssen wir eigentlich los. Weil, wie gesagt, ich möchte ja auch früh dort sein. Oder, was heißt früh? Und jetzt hört er die Bomben einsetzen, ne. Das ist natürlich optimal. Jetzt hört man keine Schritte. Optimal auf der einen Seite, super optimal auf der anderen Seite. Wir hören eben keine Schritte von den Gegnern auch. Aber die auch nicht unsere. Oder nicht so doll. Wunderbar, bis jetzt sind wir eigentlich abgesehen vom Anfang noch nie jemandem begegnet. Ja, gut, mal mit dem Auto ist jemand vorbeigefahren und so, aber wir kennen direkten Kontakt. Am Anfang hatten wir Glück. Der war schneller da, der hatte schneller eine Waffe. Dass wir dort flüchten konnten, das war top. Das wäre ein leichtes gewesen für ihn, uns auszuschalten. So, und jetzt sind wir in der Zone und es beginnt wieder ja, ne. Die Spannung. Anspannung vor allem. Ich meine, ich weiß nicht, ob das unbedingt so interessant ist zum Zugucken bei diesem Spiel. Es gibt natürlich Runden, die sind sehr actionreich, da passiert laufend was. Aber hier ist man auch eben vorsichtig. Wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz so vorsichtig jetzt wie in diesen ersten Runden, wenn ich mittlerweile spiele. Aber es ist schon, es ist schon eine bedrückende Stimmung. Beim Spielen merkt man das halt noch mehr als beim Zuschauen. Und man will irgendwie nicht erwischt werden. wieder kommen Bomben runter ohne Ende. So, jetzt hören wir Schüsse und die und die da rattert es schon richtig, ne. Deswegen jetzt ein bisschen die Umgebung im Auge behalten. weil ich möchte da nicht unbedingt auch angeschossen werden. Und gleich ist auch wieder soweit das Wagen gezeigt bekommen, wo wir hin müssen. Und deswegen habe ich auch hier ein bisschen verharrt, denn ich will dann immer gerne wissen, wo man als nächstes hin muss, wo ich mich überhaupt hinbewegen muss, bevor ich dann wieder losrenne und schon hier sicherweise in Gefahr bringe. Außerdem ist noch eine Bombenzone immer noch da. Das sind alles so Faktoren, die einen ein bisschen verharren lassen. Sagen wir mal kurz, das Equip, wir sind nicht wirklich gut ausgerüstet. Da fehlt noch ziemlich viel Zeug. Ich habe viel zu wenig gelootet in dieser Runde am Anfang, aber ich war eben einfach glücklich, dass ich endlich eine Waffe hatte. Also das hat mir damals noch gereicht. Mittlerweile will man natürlich mehr und da lootet man dann auch mehr Häuser, bis es richtig losgeht. Okay, dann gehen wir hier mal gleich gucken. Da hören wir doch schon wieder ein Fahrzeug. Da, komm, da. Okay, dann gucken wir mal, wo er hin will. Aha, der fährt weiter, okay. Also der fährt auch weiter zur Safe-Zone, weil er jetzt unbedingt in die neue Safe-Zone möchte. Da haben wir Rotpunkt-Visier. Wunderbar. Ich glaube, da wusste ich noch nicht mal, wie ich die verwende, weil man muss zweimal quasi die rechte Taste drücken, klicken, damit man in diesen, äh, Aufsatz-Ziel-Modus kommt. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht gewusst. Das habe ich, glaube ich, aber kann sein, dass ich das sogar in dieser Folge herausgefunden habe. So, jetzt hätten wir noch eine Pumpe. Die holen wir doch mit. Und da hört er wieder ein Auto, ne? Das ist diese bedrückende Stimmung, wie ich gesagt habe. Wenn jetzt wirklich die Action zunimmt, dann kommt überall irgendwo was her. Dem folgen wir mal. Oh, kein Pumpe-Muni. Toll. Vielleicht können wir uns dem das Auto abkallen. Okay. Das haben wir natürlich auf uns aufmerksam gemacht. Jetzt beginnt die Hölle. Ich habe ein bisschen voreilig geschossen. Und ja. Jetzt sitze ich ja quasi so gesehen in der Falle. Aber, die scheinen sich auch miteinander zu verkappeln hier. Aber das ist wohl auch ein In-Fight. Das ist natürlich schön für uns. Vor allem sind es auch nur noch 28 Leute, die hier leben. Jetzt einfach hier mal da trifft er auf uns. Jetzt trifft er uns. Oh, um die Ecke. Schnell. Schnell ein Schmerzmittel. Schmerzmittel ist das einzige, was wir haben. Okay. Dann heilen wir nämlich langsam hoch. Da seht ihr auch den Balken über der Lebensenergie, über diesen weißen Balken. Das heißt, dass die Heilung begonnen hat. So, jetzt hat er uns den weggeschossen. Mir ist jetzt egal. Wir fahren noch mal drüber, eure Leiche, hauen ab hier. Damit wir, weil die Wand, ihr habt gesehen, die Wand ist direkt hinter uns. Das war jetzt eigentlich quasi die letzte Chance nochmal hier weg zu kommen. deswegen das Auto geholt. War nämlich viel zu eng. Und jetzt kommen wir nochmal über die weiße Wand drüber. Und jetzt sind wir in der Safe Zone. Wow. Action. Deswegen war ich froh, dass er uns das Auto gebracht hat. Das geht manchmal alles so schnell, da vergisst man eigentlich schon fast die Zeit, da es wirklich recht schnell geht. Jetzt suchen wir was für eine schöne Position, wo wir ein bisschen sicherer sind. Ein bisschen weiter drinnen. Damit wir eben nicht nochmal rennen müssen wie ein Ochs. Und ihr seht auch schon, wie eng der Kreis jetzt wird. Also jetzt kommt so langsam schon ein Showdown. Oh, da ist ein Dings. Ein Bucky. Ja, da habe ich mal selbst Schaden gemacht, weil ich gegen den gefahren bin. Das war eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Da ist ein Motorrad. Das ist sehr schwer zu treffen, wenn das so schnell hier vorbeidüdel. Mit einer UMP. Okay. Nochmal in eine Bude rein. Hier, habt ihr schon gesehen, die Haustür ist geöffnet. Das heißt, hier war auf jeden Fall jemand. Das kann jetzt gut oder schlecht sein, weil, ja, Loot werden wir wohl kein Besonderes mehr finden, aber wenn hier jemand schon war, dann ist er vielleicht nicht mehr hier. Ja, so in etwa. Deswegen kann gut oder schlecht sein. Es kann sein, dass er jetzt noch hier sitzt oder es kann sein, dass jemand darauf aufmerksam wird, weil die Tür noch offen ist und hier reingucken kommt. Deswegen kann man auch die Türen immer wieder zumachen, wenn man reingeht oder wenn man rausgeht. Ihr seht, das ist schon sehr bedrohlich und ich bin da echt angespannt. Das müsste man irgendwie auch. Man müsste so die Anspannung noch erkennen, die ich da hatte beim Aufnehmen. Okay. Wollen wir noch mal irgendwie einen Aufsatz für die UMP brauchen wir nicht. Holen wir noch ein bisschen Muni mit für eine Waffe, die wir nicht haben. Also 7,62er Muni brauchen wir nicht. Wir bauen nur 9mm und die Pistole hatte glaube ich 45 oder war das auch 9mm. Da haben wir noch Sichel mit. Ja und hier Kaliber 12 Muni bräuchten wir noch. Da hinten liegt es sogar, ich sehe es. Nochmal wäre eine UMP alles hier liegen lassen. Hier ist auch Kaliber 12 für die Pumpe. Wunderbar. Jetzt ist natürlich hier wirklich schon eine bedrückende Stimmung. Da hinten läuft einer, sehe ich das. Und irgendwie man schießt auch hier. Da muss man auch von der Stellung her, von der Position ist es immer ein bisschen schwer. Man schießt so oft gegen die Türbalken oder so. Das ist gar nicht mal so ohne. muss man auch erst mal das Gefühl dafür bekommen, wie man sich positioniert, wie man sich stellt, dass man auch wirklich schießen kann und nicht gegen die Raten schießt oder so. So, die Wand kommt und jetzt sehen wir schon unseren neuen Zielkreis und der ist ja wirklich eng. Oh, das wird wohl auch das Finale sein. Oder so ziemlich das Finale. Okay, hier haben wir auch nochmal nur einen Rucksack. Wir müssten eigentlich dann mal weiter, weil jetzt hat man auch, wie gesagt, nicht mehr so viel Zeit, bis der Kreis sich zusammenzieht. und da tappt jemand und da schießt jemand. Ihr seht schon, jetzt nimmt die Anspannung zu. Ja, er hat das andere Auto geholt, den U-Arts. U-Arts. Okay, dann holen wir uns den Buggy und düsen weiter, denke ich. Bevor wir uns den jemand anders abholen, sollten wir das eigentlich auch machen. Erstmal hier herausfinden. So, jetzt haben wir noch einen Zweifach-Scope. Okay. Auf in den Kampf, ne? Buggy. Dann holen wir den Buggy und düsen auch mal Richtung Zielpunkt. Denn in 30 Sekunden wird er wieder kleiner. Ist das jetzt schon der kleinste? Ich weiß es gar nicht genau. Und jetzt wird es natürlich, jetzt sind wir natürlich auch ein Ziel mit dem Buggy, ne? Also, ihr seht schon, Leute schießen hier überall rum. Da sind überall schon Leute. Okay. Erstmal die Umgebung angucken. Und jetzt verkleinert sich ja auch wieder der Kreis. Hier im Moment. So, da sehen wir irgendjemanden. Jawohl. Wird der Pistole weggemacht. Wunderbar. Schön gemacht. Sind nur noch acht übrig jetzt. Nachdem ich ihn getötet habe, waren noch neun übrig. Und deswegen haben wir es jetzt nochmal dezimiert. Jetzt sind wir unter den Top Ten. Sieben am Leben noch. Oh, Mann. Und da steht ein anderer Buggy. Guck mal da. Hallo. Das ist so geil. Ich fände den Move so geil, wie wir die Noten ins Meer geschoben haben. So, nur noch sechs am Leben. Und hier wird es sich wohl entscheiden. Also, ja. Wir sind im Kreis. Im nächsten Kreis sind wir drin. Wunderbar. Jetzt kommt das Finale, liebe Freunde. So, mal gucken, was der Typ hier dabei hatte. Da muss man wirklich die Ruhe weg haben, für hier reinzugucken. Also, ich, für mich war das wirklich ein bisschen unangenehm hier. Nur noch vier. Also, wir sind in den Top Five. So, das sehen wir. Er hat auf jeden Fall mal Verbände und so und zeigt dabei im Viermals-Go. Ja, jetzt einfach mal so das Notwendigste holen. Oh, Entschuldigung. Hat mir da ein bisschen erkältet. Hat er vielleicht auch gehört, dass meine Stimme so ein bisschen weggegangen ist. Ab und zu, wo ich dann auch nicht so viel geredet habe. Ist nur leicht, aber es nachts noch zu kalt wird. So. Okay. Doppelläufige Pumpe ausgerüstet. Nur noch drei am Leben. Showdown. Oh, Helmstufe 2. War, glaube ich, mehr kaputt als der Motorradhelm. Und, ja. Dann nochmal die Ska ausgerüstet. Da war jetzt ein Fehler, weil ich hatte keine Muni für die Ska. Ich hatte diese Natriumuni nicht, die 5,56 Millimeter. Die hätte ich dann auch müssen mitholen. Mh, jetzt haben wir das Ska, aber keine Muni. Hätten wir auch irgendwie die Pumpkin behalten. Weiß noch gar nicht, doch, äh, weiß noch nicht, ob ich die nochmal aufhebe. So, da oben sind ja die nächsten. Und für die UMP ist auch die Muni schon fast vorbei. So, hier auf den Felsen. Oh, Mann. Also, einer von zwei anderen ist es. Und hier seht auch Fahrzeuge, das sind durchaus wichtig können. Das war auch so ein Spielelement, wo ich euch ein bisschen zeigen wollte. Deswegen diese Folge hier gewählt. So, wunderbar. Drei Kills haben wir. Den Bambura haben wir auch getötet, den Final. Jetzt, 101, Finale. Oh, Finale. So, schnell wieder in den Kreis. War nämlich fast außerhalb. Deswegen ist der auch hierher gelaufen gekommen. Weil wenn du jetzt außerhalb vom Kreis bist, dann kriegst du instant bestimmt mindestens ein Viertel Lebensenergie so abgeholt pro Hit, wo du dann in der Wall kriegst. Und so von der Wall kriegst. Deswegen jetzt gilt es das zu vermeiden, außerhalb von der Wall zu kommen. Weil dann bist du bist du erstmal ein leichtes Opfer oder die Wand tötet dich eben schon von sich, aus sich heraus. Jetzt ist es natürlich ein bisschen geduldig und die Anspannung wächst. Man hat es geschafft von 100 Leuten hierher ins Finale gegen den einen, der noch überbleibt. Und das war eine recht frühe Runde von mir, meine vierte oder fünfte Runde, die ich gespielt habe. Deswegen, da war ich noch absolut angespannt. Mittlerweile ist es auch ein bisschen lockerer. Aber ja. Da sehe ich ihn jetzt aus dem Augenwinkel links laufen. Er kommt. Jetzt hat er sich hingelegen. genau aus dem Bereich verschwunden, aus dem Zielbereich. Jetzt fehlt mir eigentlich die Money für die Scar. zuerst mal eine Rauchgranate hinschmeißen. Eigentlich wollte ich eine Granate schmeißen. Aber ist okay, der hat sich weiter positioniert. Ja, jetzt gehe ich die Pumpkan nochmal holen. Ihr seht's. Und das für die UMP, ne? Naja, ja, das war natürlich total Mist. Jetzt habe ich keine Money mehr für Dings. Dann muss ich eigentlich, wenn ich wieder will, wieder die UMP wählen. Das Auto wollte ich, ich wollte es fahren. Ich wollte eigentlich zu ihm rüberfahren und ihn überfahren mit dem Karren. Ja, ihr merkt schon, Stellungskrieg. Und der Crest zieht sich wieder enger zusammen, also noch enger zusammen gleich. Und deswegen, das ist hier absoluter Showdown. Boah, da sieht man, der Pumpkan trifft ich gar nichts auf diese Entfernung. Super, habe jetzt nur noch eine Pistel und eine Granate. Granate war, glaube ich, zu. Optikus ist nicht nur offen. Jetzt hier keine Money. Das ist so zu kotzen, dass ich diese Waffe dabei habe. So, und jetzt habe ich verloren. So ein Scheiß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Blayers Unknown Battlegrounds, der ultimative Überlebenskampf. Euer SpookyVF. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.